Musik Was geht ab Hüther, euer Zelda hier und herzlich willkommen zu einem ganz ganz schnellen Destiny Update hier auf meinem Kanal. Der Bungie Livestream ist gerade erst vorbei und Bungie hat fürs April Update so ein paar Infos rausgehauen oder naja fast alle Infos rausgehauen. Und ich gehe das alles mit euch einzeln mal durch, weil es ist ein bisschen was, was wir schon erwartet haben, ein bisschen was, was vielleicht ein bisschen anders kommt als gedacht. Deswegen würde ich sagen, Schritt für Schritt kommen wir hier alles durch, damit ihr alle wichtigen Informationen für den April habt. Ich würde sagen, wir gehen das ganze Schritt für Schritt mal durch und wir beginnen bei dem, was eigentlich mit am wichtigsten ist. Also, unser Lichtlevel wird effektiv steigen von 320 auf 335. Und hier wird es mehrere Möglichkeiten geben, wie wir dieses Lichtlevel erreichen. Oder naja, sagen wir mal eher, wie wir ein höheres Lichtlevel erreichen. Und das erste, was da auffällt, ist das, was eigentlich schon viele gedacht haben, allein anhand dieses Screenshots. Und zwar wird das Gefängnis der Alten zurückkehren. Ausgelegt für Lichtlevel 41. Also es wird ein bisschen so sein, wahrscheinlich wie Königssturz, Hartmord würde ich mal schätzen. Und rund um dieses Gefängnis der Alten wird das Ganze so ein bisschen aufgebaut. Also es wird auch wieder Variks zurückkommen, der uns damals schon ein Haus der Wölfe so ein bisschen durchgeführt hat. Und der wird ein paar wöchentliche Quests mitbringen, die jeden Dienstag zu Reset neu kommen, die uns dann entsprechend immer wieder in das Gefängnis der Alten führen sollen. Dazu wird es für das Gefängnis der Alten auch einen Challenge-Mode geben, also einen Herausforderungsmodus, den wir allerdings nur erreichen können, wenn wir irgendwie eine Art, naja, ich sag mal, Eintrittskarte oder ein Ticket erspielt haben. Und das Ganze läuft ja anscheinend so ein bisschen wie Osiris. Also beziehungsweise auf diesem Ticket würde es, naja, so zwei Arten von Punkten geben. Und zwar würde es zum einen irgendwie den Highscore geben, wo effektiv nur der beste, schnellste und sauberste Run zählt. Und dann würde es einen zweiten Score geben, nämlich den Gesamtscore, wo alle einzelnen Punkte zusammengezählt werden. Und wenn der Highscore wohl gut genug oder hoch genug ist, dann würde es eine Waffe geben, die bis zu Lichtlevel 335 reichen kann. Oder halt immer 335 ist, irgendwie habe ich das noch nicht so ganz rausgehört. Ich glaube, lässt man sich irgendwie auch noch nicht so ganz sicher. Und wenn man im Gesamtscore hoch genug ist, dann gibt es da anstatt eine Waffe entsprechend ein Rüstungsteil. Also wir werden uns über diesen Challenge-Mode mit diesem Ticketsystem wahrscheinlich auf unser neues Maximallevel bringen. Also dieses Punktesystem wird also so laufen, es wird ein Spiel auf Zeit. Das heißt, ihr könnt euch nicht mehr ewig Zeit lassen, weil je länger ihr braucht, desto weniger Punkte bekommt ihr für euer Ticket und desto geringer ist die Chance, dass ihr entsprechend diese Scores schlagt und dass ihr damit irgendwas auf 335 bekommt. Hört sich irgendwie alles ganz toll an. Auch, dass es acht verschiedene Bosse gibt im Gefängnis der Alten. Aber das hatten wir auch alles schon und diese verschiedenen Bosse gab es auch alles schon mal. Und Gefängnis der Alten ist trotzdem, glaube ich, das der unbeliebteste Endgame-Content, den Bungie sich in all den Addons oder in all der Zeit geschaffen hat. Und ich bin einfach mal gespannt, ob dieses Ticketsystem vielleicht ein bisschen mehr Bewegung in das Ganze reinbringt oder ob man es nach wenigen Wochen ein paar Mal geschafft hat und einfach nur unglaublich genervt ist von dieser Zeit, von diesem Abfarmen, die man da reinsteckt. Aber vielleicht warte ich einfach noch ein bisschen mit meiner Meinung und lass erstmal alles auf mich zukommen. Aber schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, was ihr denn davon haltet und ob ihr glaubt, dass es den Reiz an dem Spiel wieder neu schafft. Also ich fasse hier einfach nochmal ganz kurz zusammen. Also das Lichtlevel wird insgesamt steigen auf Lichtlevel 335. Es wird einen neuen Strike geben, in dem der Arkanpriester zurückkommt und das wird ein komplett neuer besessenen Strike werden. Dazu gibt es diverse neue Quests, Beutezüge und Missionen, die euch Varex entsprechend geben wird, sowie wöchentliche Aufgaben, die euch in das Gefängnis der Alten zurückbringen. Besagtes Gefängnis der Alten kehrt in zwei verschiedenen Varianten an und zurück. Das eine ist die normale für Lichtlevel 260, wobei da wahrscheinlich der Großteil der Spieler schon weit, weit drüber ist, wo Items bis 320 droppen können. Das heißt, ihr könnt damit, wenn ihr noch Low-Level-Charts habt, relativ schnell eure Charaktere pushen. Dazu wird es vom Gefängnis der Alten einen Challenge-Mode geben, der mit einem Punktesystem ausgestattet ist. Je schneller ihr seid, je besser ihr seid, desto besser ist die Rüstung bzw. die Waffen, die ihr bekommt. Und hier werden die Sachen, die ihr als Belohnung erhaltet, bis Lichtlevel 335 sein. Und über dieses Ticket wird es wohl insgesamt möglich sein, garantiert zwei Items auf 335 zu bekommen. Nämlich eine Waffe und ein Rüstungsteil. Der Rest bleibt komplett random, so wie wir es aktuell auch vom Königsturz-Welt kennen. Das waren in noch nicht mal fünf Minuten alle wichtigen Infos, die Bungie am heutigen Mittwoch für das April-Update rausgehauen hat. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wie gesagt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von diesen grundsätzlichen Änderungen haltet. Und lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr es informativ fandet. Wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. In diesem Sinne, euer Selter ist raus. Macht's gut. Und ciao.